So, IWA 2023, da bin ich mit Tiefwirt von der Firma Feinwerkbau aus Oberdorf am Neckar. Ihr habt einige Neuigkeiten dabei. Richtig. Herzlich willkommen, Alba. Dabei haben wir zum Beispiel unser Modell 900 Alu. Ist jetzt im November vorgestellt worden vor Weihnachten, sind die ersten rausgegangen. Und das haben wir einfach mal in unserer kompletten Brandbreite hier mit dabei. Ihr habt ja einige Variationen, haben wir vorher schon gesehen im Vorbehandlungsgespräch. Erzähl uns mal ein bisschen was. Genau, also wir haben einmal die klassische Freihandvariante oder auch die Auflagevariante. Hier dabei haben wir jetzt die Hybridvariante, also kann ich Freihand und Auflage gleichzeitig mit schießen. Und so wie ich gesehen habe, gibt es ja auch farbliche Variante, das ist ja auch interessant. Richtig, also insgesamt haben wir zu den zwei Standardfarben, Schwarz und Silber, 13 Farbvariante. Und wenn sie gerade einmal rübergreift, dann können wir einmal mal nebenhalten. So würde das Ganze dann auch in Rot aussehen. Das ist ja cool und ihr habt da, ich glaube jetzt bestimmt, gewisse Lieferzeiten für die Produkte. Ja, richtig. Also normalerweise sind wir so bei knapp zwei Wochen, aktuell sind wir bei circa sechs Wochen für das Modell 900. Aber normal sind wir hier über den Fachhandel. Genau, richtig. Liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen, hier gibt es einiges zu sehen. Herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.